Hi Leute, da bin ich wieder und ich habe gerade herausgefunden, wie es geht. Ich fühle mich, wie ich durch das Schaumschloss gehe. Ich weiß nicht, wer? Ich weiß nicht, wer? Die Frau bärst sehr stark. Sie weißt nicht? Ich weiß nicht, wer? Okay. Ich bin hier, Annabelle. Steve? Sind Sie da? Ich bin hier, Annabelle. Jetzt riecht er Ärger. Bleib mit mir und nicht verloren. Wir sind nicht in der Schule, Frau. Du kannst mir nicht sagen, was zu tun. Dottie sagt allen, was zu tun. Finn? Habt ihr alles gesehen? Ich kann es sehen. Das ist sehr beeindruckend. Es ist. Es sind sie. Wie wissen Sie? Ich träume manchmal über sie. Aber nie so. Wo gehen wir? Und warum fühle ich, dass wir etwas vergessen haben? Habt ihr etwa mich bzw. eure beiden Kinder vergessen? Ja. Was will ein Rappenbücher mit Cam? Es gibt nicht viel Zeit. Die Frau. Die Frau ist das Licht. Ich habe genug Frau Probleme gehabt. Geh und jemand anderes interessieren. Aber die Stimmen passen nicht dazu. Aber die Stimmen passen nicht dazu. Okay. Kann ich jetzt weiter? Yes. Ernsthaft? Sind wir das? Nein. Sieht da noch aus. Sieht da noch aus. Teenie halt. Komm schon. Du hast es gegründet. Was habe ich gegründet? Ich erinnere mich nicht. Aber eine Promete ist eine Promete. Wo gehst du jetzt? Bravo Finn. Ich bin auf dem Telefon. Was habe ich dir über das Rennen zu gehen? Du erinnert mich an jemandem. Komm schon. Stopp Lallygaggern und steig auf. Lallygaggern? Keine auf für was? Du siehst. Finn. Wo gingst du? Was? Leaves. Es ist zu Laub zerfallen. Ich wollte schon Staub sagen. Ich frag mich wo diese Reise hier hingehen soll. Weil wir fahren hier. Irgendwas grünes. In der Hoffnung irgendwo anzukommen. Und wahrscheinlich weiß hier niemand wohin es überhaupt gehen soll. Aber der. Ist der jetzt auch nur ein Traum? Wie machst du das? Ich nehme mal auf jeden Fall alles mit was ich mitnehmen kann. Vielleicht gibt es da einen Bonus dafür oder Achievements. Je nachdem. Das ist aber auch seltsam. Keine anderen Fahrgäste hier. Das heißt wir sind von einem Traum zu einem Traum zu einem Traum zu einem Traum gestolpert. Von Traum zu Traum. Ich muss mich schlafen. Wenn das ein Traum ist. Ich muss weniger Käse essen. Von Käse kriegt man keine Albträume. Das ist wunderbar. Wer ist denn jetzt da zu fallen? Ich habe nicht gesehen. Nein gar nichts. Das breitet sich aus. Was auf der Erde? Was auf der Erde? Meine Irgendwann. Freundin. Warte. Finn, geh nicht da hoch. Finn, wir wissen nicht, ob es ist. Ey, so ein Sprung Teufel. Wow, es hat Jahre seit ich auf einer dieser. Wir ließen es lieben. Ey, die fand ich als Kind auch voll toll die Dinger. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Finn, ich brauche dich zurück zu legen und runter. Wir brauchen einen Passwort. Scarlett weiß nicht das Passwort. Du denkst, du bist so lecker, nicht wahr? Ja. Passwort suchen. Dads alte Gitarre. Er könnte wirklich spielen. Meine Gitarre. Ein Soaker. Ey, die fand ich auch immer voll toll. Was ist das? St. Finn und der Drage. Always ein Favorit. Stab Blubeck. Stab Blubeck. Okay. Bis wohl, daraus muss ich dann wohl das Passwort herausfinden. Das heißt, ich brauche noch drei weitere Items. Oh, ich liebe das. Nicht mehr so einen... Was hast du gesehen hier gesehen? Finn? Es gibt niemanden mit dem Tränen. Komm schon. Ich bin nicht verrückt. Es gibt nur... Granddad's Greenhouse. Du solltest es wirklich sehen. Ich habe gesehen Granddad's Greenhouse viele Mal gesehen. Du solltest es nicht sehen, was ich sehe. Granddad schlief hier für Stunden, um die Kräfte zu hören. Ich bin glücklich, dass ich es dort sehen kann. 1000 Zombies weglaufen. Einfach nur mal... ...Adventure erleben. Gefällt mir. Weil Erinnerungen dranhängen. Deshalb bewahrt man Sachen auf. Damit man sie nicht vergisst. Mensch. Ist doch normal. So. Dann müssen ein, zwei Dinge... ...für das Passwort finden. Das ist Granddad's Cricketback. Eine reale Antike. Naja, wahrscheinlich so alt wie der Großvater selber, ne? Ist auch mal wieder erstaunlich, wie man... ...ja, an so alten Dingen hängt. Selbst... Wenn ich jetzt zurückblicken müsste, was mein Großvater an Sachen... ...gesammelt hat. Dann denkst du dir, wow, das ist ja Antik etc. Das ist für ihn ja komplett normal gewesen. Und wir, in der heutigen Zeit, finden es als was Besonderes. Och Mensch, jetzt muss ich wieder durch den ganzen Zug stapfen und suchen. Ich bin so schlecht in Adventures. Kann ich vielleicht da... Oder das ist mein Inventar. Kann ich da mit darauf? Bluback eventuell? Right. You listening? As ever. Bluback. Okay, ich brauch doch vier Sachen. Bluback. 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 No, that's not it. Vier Sachen suchen. Supi. Das wird Marne machen. Vor allem bei der Geschwindigkeit, wie das hier läuft. Ja. Vielleicht vorne im Gewächshaus noch ein bisschen was. Zwei Pflanzen. Vielleicht kann man die hier aufheben. Nee. Hat so ein bisschen was Beruhigendes ehrlich gesagt. Auch nix. Aha! Bilder! Okay. Prinzess Scarlet zu der Rescu. Prinzess Scarlet. Muss ich dann wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge ansetzen. Das heißt, ich brauch noch ein, zwei Fotos. Also vorsichtig durchsuchen. Und langsam durchsuchen. Vor allem. Sonst wird das nix. Ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Nope. Eigentlich müssen die nur hier zu finden sein. Auf dem... Im neuen Gebiet hier. Wäre schade, wenn ich nochmal zurückrennen müsste. Im Reifen. Es müssen definitiv vier sein. Noch nicht. Auf einem der Sitze eventuell. Ja, komm. Wo ist der Rest? Äh, Fotosuche. Kann natürlich sein, dass sich auch der Rest des Zuges jetzt verändert hat. Und noch ein Hase. Äh, scheint, wir sind auf dem richtigen Weg. Ein Foto. Die ganzen Leute sind nicht mehr da. Vielleicht in unserem Abteil. Könnt natürlich auch sein. Ein Foto. Hm. Oh. Vorne geht es weiter, glaube ich. Es sei denn, es sieht ein bisschen anders aus als geplant. Ne. Als ich es in Erinnerung habe, so rum, nicht geplant. Hast du was zu sagen? Hast du was zu sagen? Hm. Ich glaube, ich bin falsch hier. Oder? Ja. Ja. Trotzdem. Nochmal alles absuchen. Okay, jetzt sind wir gleich ganz am Anfang. Schade, dass ich einfach nicht im Bereich... Okay, das kann ich nicht untersuchen. Hm. Abgesperrt haben, so dass ich... Eventuell... Kann man das aufheben? Nein. Zumindest weiß ich, dass ich nicht mehr zurück muss. Egal. Mal was zu trinken. Yay. Einmal umsonst gelaufen. Prima. Hm. Ja, ich kann noch nicht so schnell laufen. Das wird dauern, bis ich wieder vorne bin. Ich finde es schön, wie die Leute sich hier... Ja, Mühe... Gedanken machen, verrätsel oder sowas. Dass der kleine Junge einfach mal... Auf den... Ja... In diesem Traum, in diesem Film mitspielt, etc. Dieses... Wo man diese Leute hier zusammensetzen muss. Um die Gesprächsfetzen mitzukriegen. Die Geschichte anzuordnen, so wie sie in den Gedanken eigentlich war. Et cetera. Ich finde den Weg nicht. Mir fehlen noch zwei Fotos. Was? Vielleicht irgendwas? Moment. Kann ich dem vielleicht das geben und dann kriege ich was? Kann man natürlich ausprobieren. Wenn ich schon mal hier hinten bin. Wenn ich schon mal hier hinten bin. Nein. Die Frau. Die Frau ist die Licht. Ich habe genug Frau Probleme gehabt. Geh und etwas anderes. Hm. Ich bin auf dem Telefon. bei der die Kirchen da ist. So. Wo kann... ...können die letzten zwei Bilder sein. Die müssen irgendwo dann wohl im Grünen versteckt sein. wenn sie hier schon nicht sind ich versuche jetzt trotzdem noch ein Auge aufzuhalten eventuell eventuell liegen die ja trotzdem irgendwo hier oben so jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein sonst finde ich vielleicht nicht wo im gras vorne ist doch schon das haus zwischen den sitzen bücken kann ich mich nicht genau die ganzen Sachen hatten wir schon angeschaut Cricket Schläger etc dann brauche ich noch nicht zu interagieren das bringt nichts naja dann werde ich wohl so wie üblich machen wenn ich das nicht finde werde ich einen kurzen Cut machen und danach wenn ich es gefunden habe direkt wieder einsteigen wo soll man denn noch suchen vorne ist doch schon das ende da muss ich mich hier genauer umsehen so Ja. Nee, für mich heißt es wohl auf die Suche gehen, ohne dass ich eure Zeit dazu verschwende. Und daher sage ich danke und bis zum nächsten Mal.